was geht leute nächstes video Rurak hier mit der Frostzahn Grotte oder Frosty Grotto Grotto ist viel geiles alles klar geht direkt los hier oben befindet sich auf der linken Seite ein Schatz alles hier müsst ihr alle Mobs killen damit der Boss erscheint ein bisschen quetzig da ist er auch schon zack das war auch schon der Boss hier befindet sich ein Schatz und jetzt aus dem Toppack aus glaube ich dass hier oben noch einer ist ob ich es richtig gesehen habe hier oben oder hier ansonsten kommt in das Package rein das ich unten verlinkt habe dann dann wisst ihr das auf jeden Fall ich seh grad hier so falls ihr nicht wisst wie man zu dem Geheimnis kommt ihr lauft runter springt hier den Fluss dort was weiß ich was ist springt rüber nochmal und hier befindet sich das Secret wird Legendary alles klar dann abonniert den Channel like das Video kommentiert das wenn ihr Fragen habt ich habe euch auch vergessen das hätte ich gesagt unten was verlinkt das Package mit den Screenshots und die Beschreibung für Champions Schätze und Geheimnisse ansonsten falls ihr sonst irgendwelche Anregungen für mich habt was ich besser machen könnte was ich liken lassen sollte haut es mir rein in die Kommentare ich freue mich auf die Feedback alles klar bis zum nächsten Video Ciao